Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Plague Tale. Ich hoffe die letzte Folge hat euch gefallen. Ich nehme jetzt gleich im Anschluss auf und wir stehen noch immer vor der Tür vor dem Zimmer von, was ist das eigentlich? Suche Beatrice in Hugos Zimmer. Okay, das ist Hugos Zimmer. Ja, nach dem Auftakt in der letzten Folge bin ich sehr gespannt wie es jetzt weitergeht. Wir betreten das Zimmer und gucken mal wie es den beiden geht. Beziehungsweise den Gang. Mutter? Du sollst hier doch nicht hereinkommen. Ja, aber etwas hat Leon im Wald angegriffen. Ich würde mir deine Abenteuergeschichten wirklich gerne anhören, doch... Aber es ist wahr, Leon lag winselnd am Boden und dann wurde er... Sch! Bleib hier, bei deinem Bruder! Was? Warum? Was geschieht hier? Schließ die Tür hinter mir und öffne nicht die Fensterläden, egal was geschieht. Aber... Hugo! Er ist nicht ansteckend. Ich weiß, du kennst ihn kaum, aber das macht nichts. Vertrau mir, Amicia. Ja, Mutter. Was passiert hier? Und was hat Hugo für... für eine Krankheit? Kann nichts erkennen. Finde Hugo. Hier werde ich mich erst einmal umgucken. Alter, da draußen scheint es ja richtig abzugehen. Nicht ganz... Guck mal hier! Versucht ihn zu retten. Versucht irgendetwas zu... zu mischen und seine Krankheit zu heilen. Wie lange ist er schon hier? Vier Jahre? Fünf? Aber... Wo ist er? Hugo? Aber was hat er? Dass er vor allen Leuten weggeschlossen wird? Hugo? Hey! Ich bin's. Deine Schwester? Amicia. Hallo? Der sieht doch ganz gesund aus. Nee, wir kennen uns nicht so gut. Mama wird bald zurück sein. Los, mach schon! Ich möchte wissen, was da draußen los ist. Oh. Hat er gesungen? Nein, Senor Nikolas. Er hat zwei Männer getötet. Wo ist er? Zum letzten Mal. Wo ist euer Sohn? In guten Hemden. Bitte was? Durchsucht das Haus. Ist das Mama? Alter! Ah! Ugo! Komm her! Was ist denn? Psst! Ich weiß, dass du hier bist, Kleiner! Ich habe keine Zeit für ein Spielchen! Wo ist er? Bleib unten! Ugo! Ugo! Ich bin's! Gabriel! Komm schnell her! Hey du! Was zum Teufel treibst du da? Na los! Wo ist der Kleine? Halt die Knappe! Er gehört der Intosition! Oh nein! Näher! Hört auf! Ja shit! Ich bin's! Alter! Das wird dich lehren! Nein! Ich leh' euch an! Ugo ist nicht hier! Hey du! Komm schon! Ich sag' es nicht noch einmal! Halt! Wo ist Ugo? Peru! Kann mich auch nicht schneller bewegen. Alter! Amicia! Was ist hier los? Bois! Ich muss Mutter finden! Sie wird es wissen! Pauli! Oh mein Gott! Luis! Hat es dir etwas Spaß mich so durch die Gegend zu schäukeln? Ah! Oh! Bitte! Oh! Oh! Wir müssen! Wir müssen weiter! Keine! Nicht hinsehen! Wir dienen einer höheren Macht! Gut! Du siehst du, wenn du etwas versteckst! Äh! Nein! Nein! Äh! Nein, Amicia! Wir müssen weitergehen! Na schon! Muss ich dir wieder wehtun? Ich weiß es nicht! Ich kümmere mich hier nur um die Wäsche! Hör zu! Das ist deine letzte Chance! Sag uns, was du über die Arbeit deiner Herren weißt! Selbst wenn ich es wüsste, würde ich nichts sagen! Meine Beatrice ist ein guter Mensch! Ohne! Wir müssen weitergehen! Bringt das jetzt in! Ich bin schockiert! Kommen wir jetzt hier raus? Ja! Den haben wir denn da? Wo wollt ihr zwei denn hin? Ah! Hi Mutti! Oh Kinder! Alter! Was geschieht hier? Alles wird gut! Hört ihr? Kommt mit mir! Fügo! Nimm die Hand deiner Schwester! Ich gehe zuerst und ihr folgt mir einfach! Verstanden? Wir müssen durch die Gärten! Amicia! Nimm deinen Bruder an die Hand und folge mir! Wenn du Hugo alleine lässt, gerät er in Panik und macht Geräusche! Macht Geräusche! Glaub ich! Kann ich ihn? Okay! Okay! Prinzip verstanden! Nur! Steuerung! Auf Y! Schrecklich die Taste! Da kommt man einfach nicht an! Anweisung folge mir! Bleib hier! Das muss ich mir irgendwie... Ich drücke die Taste oder Maustaste... Äh! Nicht Maustart runter! Ähm... Habe ich die Taste... T! So! Maustart runterfeueriger Munitionstyp! Auf T habe ich das jetzt gesetzt! Das ist natürlich angenehmer! Wer legt sowas auf Y? Muss man... T ist natürlich vielleicht für englische Tastaturen besser geeignet! Beziehungsweise amerikanische! Aber für die gute Querztastatur einfach nach unten... Ne, das funktioniert nicht! Hallo! Sie sind überall! Vertraut mir! Bleib hier! Und kein Folge mir! Leise! Sofort! Komm, 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 komm! Ich habe es nur nochmal aus... ausprobiert! Ja, äh... Ja, äh... Ich hab noch einen! Wer ist das? Der Gärtner! Kennt die Familie gut! Sagt, dass er die Kinder hat aufwachsen sehen! Ja! Der Kleine liebt Blumen! Ich hab ihm oft welche gebracht! Blumen?! Mehr hast du nicht zu bieten! Ergreift ihn! Stellt sicher, dass er alle... Hat geklappt! Psst! Psst! Ich arbeite schon ewig hier! Sie sind wie meine eigene Familie! Von mir erfahrt ihr nichts! Fahrt zur Hölle! Ach, wirklich? Du zuerst! Hör zu! Ich gebe dir Bedenkzeit und komme später wieder! Jetzt! Und du! Stirb nicht, bevor du mit mir geredet hast! Ich würde gerne alle umbringen! Wir müssen hier hoch, Amicia! Helf ihm! Ich helfe dir hoch! In Ordnung! Na gut! Vorsicht beim Runterklettern! Hier! Ein kleiner Junge und ein paar Bauern! Wie lange kann das dauern?! Sag uns was du weißt! Steine! Munition! Vorsicht! Sie sehen uns! Wir müssen hier weg! Wenn ich auf die Helme in der Kiste dort ziele! Deine Schleuder wird uns noch verraten! Ich kann's ohne Schleuder versuchen! Alte Steuerung gedrückt, um leiser zu sein und Geschossen mit der Hand zu werfen! Dieses Geräusch! Gut, das tun wir! Von da drüben! Alter, bin ich gerade angespannt! Ruhig, ganz ruhig! Ganz ruhig, Hugo! Was hat er denn? Seine Krankheit ist ausgebrochen! Wir müssen uns beeilen! Was ist mit dem Jungen? Achte auf deine Umgebung und wirf Geschosse auf die Metallobjekte, um Gegner abzulenken! Er ist die rechte Hand des Großinquisitos! Einen besseren Hauptmann hat die Wache nie gesehen! Gut! Zumindest hat er den Vater! Und bald schnappt er sich auf den Sohn! Mutter! Warum? Was wollen Sie von ihm? Das erkläre ich dir später! Gehen wir! Ich sehe nach! Sei vorsichtig! Man weiß ja nie! Ich würde die gerne alle umbringen, aber es sind eigentlich doch zu viele! Wir kommen nicht weiter! Mutter! Wir könnten vielleicht einen Top werfen! Meinst du? Das Geräusch wird ihn ablenken! Dann schluss wir uns vorbei! Dann schluss wir uns vorbei! Lasschen! Mann! Ich weiß doch wie ihr Gesindel seid! Halte zum Ziel in Steuerung gedrückt und drücke linke Maustaste, um den Top auf eine Oberfläche zu werfen! Geräusche, das aufhört und der Gegner auf dem Geräusch am nächsten ist und wird sich die Sache ansehen! Ich hätte Henker werden sollen! Man hat immer genug zu tun und man ist entwarmen! Ah, also jetzt ist da auch ein Pfeil, welcher Gegner angesprochen wird! Den zweiten nochmal mitnehmen, besser als das! Los jetzt! Oh nein, nein, nein! Ganz ruhig! Ganz ruhig! Halt meine Hand gut fest! Aber krass, die beiden haben sich... Von der anderen Seite verschlossen! Mutter! Da ist ein Loch in der Mauer! Ja, Ugo! Es tut mir leid! Ich weiß, du hast Angst! Aber wenn du da hindurch kriegst, kannst du die Tür für uns öffnen! Wir passen da nicht durch! Was liegt dahinter? Konzentriere dich auf die Tür! Du bist ein tapferer Junge! Das hast du schon oft bewiesen! Amicia wird dich loslassen und du kriegst hindurch! Verstanden? Ist gut! Nur Mut! Du schaffst das, Ugo! Aber krass, die beiden haben sich... Gut gemacht! Er ist bestimmt fünf oder sechs Jahre alt! Los! Sie haben sich noch nie wirklich kennengelernt! Gnade! Gnade! Warte! Verhalte dich ruhig! Und wart dich! Komm! Vorsichtig! Ja! Feuer! Eine Laterne? Komm mit! Warte! Warte! Ich komme! Amicia! Du musst ihm nächstes Mal helfen! Tut mir leid! Ich... Mein Kopf! Mama! Was ist los mit ihm? Sag schon! Mein Anfall! Hör auf meine Stimme, Ugo! Du weißt, was zu tun ist! Meine Augen! Mein Kopf! Was habt ihr da? Atme! Denk an die Wolke beim Ein-Ausatmen! Ein... Aus... So ist es gut! Na gut, wir müssen weiter! Gib ihm ein wenig Zeit! Alles wieder gut, Ugo! Ich... Ich glaube schon! Dann... Müssen wir weiter! Nur Mut, Liebling! Was ist denn mit ihm? Du kannst herkommen! Na gut! Schön bei mir bleiben, Ugo! Ich werde auf dich aufpassen! Hopp! So geht das! Danke! Kein Problem! Ich bin für dich da! Gut, dann weiter! Mit Ugo ist das zu gefährlich! Er ist langsamer als wir! Da drüben sind Töpfe! Ich könnte hinüber und sie ablenken! Allein? Ja! Dann habt ihr mehr Zeit! Du kannst T drücken, um Ugo und Beatrice zu sagen, dass sie hier bleiben sollen, wo sie sind! Ihr müsst warten auf mein Signal! Aber sei vorsichtig! Dann warten wir auf die Wache! Ich hab zwar noch einen Topf! Wo gehen wir denn hin? Ich warte noch mal kurz ab, bis er wieder in die Richtung läuft! Na los, dreh dich um! Was war denn das? Ich muss ihnen Bescheid geben! Psst! Kommt her! Wir kommen! Los! Schnell! Los! Beeilt euch! Komm, 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 komm! Gut gemacht! Okay, das hat gereicht! Durchatmen! Das Gartentor! Hier sollten wir rauskommen! Da ist noch eine Wache! Die Vogelscheuche! Die habe ich oft für Zielübungen verwendet! Aber... Er wird hier entlang kommen! Ja, aber wir können warten, bis er wieder weg ist! Gut! Überlass das mir! Wo... Wo muss ich denn hin? Ah, okay! Ich glaube, ich habe eine Idee! Stein! Nein! Was war das für ein Geräusch? So! Sobald er wieder an seinen Posten geht, gehen wir! Interesse verliert er! So, jetzt! Oh! Ihr lebt! Hier entlang! Hier entlang! Folgt mir! Okay, ich darf nicht rennen, sonst entdecken uns die Leute. Warum ist er so wichtig für die? Madame! Sie kommen! Amicia! Du musst deinen Bruder zu Laurentius bringen! Dem Doktor? Ja! Er heißt mir mit Hugo! Er wird sich um euch kümmern! Und... Was ist mit dir? Du musst mich kommen! Du brauchst mich nicht, Amicia! Du bist... Ich brauche... Ich brauche... Ich brauche dich! Schnell jetzt! Folgt dem Fluss! Er führt euch zu Laurentius! Mutter, nein! Ich bin geopfert für die Kinder! Alter! Ugo! Komm mit! Schnell! Nix! Was ist los? Nein, nein, nein! Wir rennen einfach! Entkommen der Inquisition! Oh! So schnell du kannst! Seid vorsichtig, was los tut! Die Erde weht! Amicia! Der Boden bewegt sich! Lauf weiter! Sie sind direkt hinter uns! Sie sind die Erlarmigkeit! Gerade auf! Weiter! Gerade auf! Aber wir laufen wir hin! Wo seid ihr nach unten? Oh Gott! Lauf einfach weiter! Amicia! Wir müssen zurück voneinander suchen! Das geht nicht! Sie dürfen uns nicht schnappen! Was passiert hier um uns rum? Ich weiß es nicht! Ich weiß es nicht! Die Inquisition wird von den... Vom Boden! Was? Wir werden hier! Wir werden hier! Nein! Wir müssen sie loswerden! Oh nein! Sie sind überall! Was sollen wir tun? Tiefluft holen! Die Fremden! Die Fremden! Irgendwie wollen! Wir arbeiten daran! Das Dorf, liegt in dieser Richtung! Dort sollte uns jemand helfen können, Laurenziaus, zu finden! Ugo, Ugo? Das wird Mama nicht gefallen, dass ich ins Wasser gefallen bin. Dann sagen wir ihr es einfach nicht. In Ordnung? Komm, zuerst müssen wir trocken werden. Oh Mann. Heftig. Ich dachte schon, da schwimmt jetzt eine Leiche noch an uns vorbei. Puh, okay. Gut, dann könnten wir uns doch eigentlich erstmal neue Klamotten zusammensuchen, beziehungsweise uns damit ein bisschen trocken reiben. Ein Feuer würde natürlich sehr viel besser helfen. Ja, schön ist das hier. Jetzt sind wir natürlich Vollwaisen. Der Vater ermordet, die Mutter ermordet. Und wir auf der Flucht. Kommen uns hier natürlich überall schön sorgbar um. Was wollen die von uns? Ich weiß es nicht. Ich will im Moment nicht darüber nachdenken. Wir bitten Laurentius, uns zu Mama und Papa zu bringen. Ja, natürlich. Wo sind denn nur alle? Vielleicht waren die hier schon. Aber wer ist diese Inquisition? Oh, das sieht aber... Hier scheint wohl schon länger niemand gewesen zu sein. Vergammeltes Gemüse. Oh, was haben wir hier? Ein Amulett. Oh, Mama hat mir mal eins geschenkt. Mir auch. Das muss jemand verloren haben. Wir sollten es mitnehmen. Es könnte nützlich sein. Es wird uns beschützen. Na, was haben wir hier denn? Geschenke. Amulette und Talismanne. Da die Pest bei der Bevölkerung für großes Entsetzen sorgt, versorgten die Leute sich aus Angst und Aberglaube mit Talisman oder stellten diese selbst her. Skrupellose Handwerker verdienen Umsummen mit dem Verkauf von Ringen und Halsketten aus beliebigem Material. Das ist natürlich schön aus der Angst und Not. Von anderen Profitschlagen. Das ist natürlich heutzutage immer noch so. Dieser absurde Plunder soll die vom Aberglauben geplagten Bürger vor dem Bösen schützen. Damals wie heute. Jede Ecke einmal absuchen. Oh Mann. Ich denke, ich würde da gerne die Gans eventuell abschießen, dass wir uns was zu essen machen können. Aber das scheint im Moment nicht wichtig zu sein. Oder hier, eine Axt mitnehmen. Einfach etwas als Waffe. Damit wir nicht nur die Steinschleuder haben. Die sind ganz schön groß. Die tun dir nichts. Was sind das für Geräusche? Sind die krank? Sie fauchen bloß. Komm, wir müssen weiter. Oh Mann, ihr Arme. Können wir die nicht... Müssen wir eigentlich freilassen. Ich meine, hier ist so lange niemand gewesen. Aber der Junge, der hat nichts von der Außenwelt mitbekommen. Der war jahrelang unter Verschluss. Die Mutter hat ihn die ganze Zeit... Oh, Äpfel! Hugo, jetzt nicht. Aber nicht anfassen. Die sind alle verdorben. Aber ich habe Hunger. Wie kannst du jetzt ans Essen denken? Wie gesagt, der Junge wurde jahrelang von der Mutter unter Verschluss gehalten. Sie wollte ihn zwar wahrscheinlich nur schützen dadurch. Aber er hat so viel verpasst. Und ob das wirklich die bessere Lösung gewesen ist? Fraglich. Das Fleisch kann man natürlich auch nicht mehr essen. Obwohl, so eine gut abgehangene Wurst könnte eventuell noch genießbar sein. Hier können wir leider nicht rüber. Ich dachte, dass wir ihnen eventuell rüber helfen können. Oh nein, stattdessen nehmen wir dieses unauffällig große Motor. Wollen wir es hoffen. Überall. Leere Gassen. Verschlossene Türen. Zwei Kinder auf der Flucht. Sind doch nur zwei Kinder. Verzeiht, ich bin die Tochter von Senior Robert Derun. Wir wurden angegriffen. Wir brauchen Hilfe. Bitte, es ist so kalt. Ich glaube, die Leute haben Gerüchte gehört über die Familie, über den Sohn. Und haben jetzt Angst. Jemand hier. Ich bin mit meinem kleinen Bruder hier. Das Anwesen der Derun wurde angegriffen. Ich flehe euch an. Bitte helft uns. Wir sind nass und hungrig. Was ist denn hier nur los? Setz mal bitte zu mir. Lauf doch nicht einfach so weg. Junge, du kannst nicht einfach so zu den Türen hinlaufen. Ist hier jemand? Wir brauchen Hilfe. Es macht niemand auf. Was ist nun los mit ihnen? Da wundert es einen, dass die Pest ausgebrochen ist, so wie es hier aussieht. Bitte, so helft uns doch. Oh, da liegt noch was. Ihr seid hier nicht willkommen. Aber warum? Oh, nein, da können wir nicht durchschaden. Leute, helft uns doch. Sie verstecken sich. Wir haben zu lange gewartet. Ich sagte dir doch, wir müssen weg. Und wo sollen wir hin? Da ist jemand. Ihr kommt zurück, wenn alles vorbei ist. Wir sind alle tot, bevor das hier vorbei ist. Bitte helft uns. Ich weiß, ihr seid da. Ich will nicht mehr darüber reden. Wer ist da? Schert euch weg. Ich will nicht, dass man euch vor meiner Tür sieht. Ach, was für ein furchtbarer Kerl. Komm, Ugo. Der Glaube. Der Glaube hilft dem Menschen hier auch nicht weiter. Was ist hier? Sieh mal, da hat jemand was auf die Türen gemalt. Komm zurück. Das bedeutet, dass sich in diesen Häusern Kranke befinden. Du darfst nichts anfassen. Oh, sie dürfen nicht nach draußen. Die Sache ist viel ernster. Wir könnten uns anstecken. Also lauf nicht überall herum. Ist gut, tut mir leid. Ordentlich. Hier war ein Feuer. Sie haben alle Möbel verbrannt. Wahrscheinlich von den Infizierten. Im Glauben, dass das noch was bringt. Überall. Das Dorf ist verseucht. Darum verstecken sich alle. Amicia, gehören die Äpfel an den Bäumen allen? So wie die Dinge im Moment stehen. Ja. Hier. Nimm mal einen Apfel. Oh, danke. Wir sollten eventuell auch ein Apfel nehmen für uns. Errungenschaft freigesteckt. Knurrender Magen. Ade. Heilige, heilige, heilige Scheiße. Werden wir uns noch mal kurz hier unten umsehen. Falls wir hier noch etwas übersehen haben, dass wir das noch mal kurz mitnehmen. Der Fluss. Immer noch am Essen. Essen und Laufen, Essen und Laufen, Kauen und Schlucken. Kauen und Schlucken. Aber wie schön es hier auch ist. Oh. Sehe ich jetzt ja erst. Darum geht es denn auch richtig hoch? Hier waren wir noch nicht, glaube ich. Steine noch mehr. Hier wird es nichts für euch. Schert euch weg. Was ist denn in euch gefahren? Mir gefällt der Ort nicht. Mir auch nicht. Ganz und gar nicht. Mit einer Apfel in der Hand. Okay. Warum könnten... Okay, warum konnten wir jetzt hier rein? Das wurde los. Hier ist noch was. Ist das Seife? Ach, nicht anfassen. Wer weiß, wer die benutzt hat. Seife. Seife. Je mehr die Angst vor dem Pesttauch steigt, der mit dem Gestank des Todes in Verbindung gebracht wird, desto größere Fortschritte machen die hygienischen Verhältnisse bei der Weiterentwicklung von Städten und Dörfern. Erste Abwasserkanäle entstehen und die meisten Dörfer verfügen über öffentliche Bäder, die jeder nutzen darf. Tägliches Händewaschen, vor allem vor den Mahlzeiten, wie zur Routine und auch in den bescheidensten Hütten findet man jetzt Seife. Also hatte die Pest sozusagen auch noch eine gute Seite. Naja. Werden wir jetzt erstmal weitergehen, gucken, was da für ein Tumult auf den Straßen ist. Vielleicht hat Ugo bis dahin nochmal auch gegessen. Hört sich nicht nach einem Fest an. Wer weiß, von wem das Fleisch, der auf dem Grill ist. Mein Gott. Genau das meinte ich. Ihr! Ich flehe euch an! Holt Hilfe! Ich will verdammt sein! Da ist der Rest von Ihnen! Was? Nein, warte! Wir suchen nur noch einen Tumult. Und ihr habt ihn gefunden. Eure verdammte Musik hat das dreckige Ungeziefer herausgelockt, das unsere Kirche überrannt hat. Das Geschweiß, die unsere Kinder angegriffen und ihnen das schwarze Übel gegeben hat. Jetzt steht ihr Conor bei Vorken. Alter, was hat der für eine Keule? Und ich sage euch, das ist das letzte Dorf, das ihr infiziert. Amicia! Komm schon! Was ist mit dem Menschen? Lauf, Ugo! Was ist los, Amicia? Wir haben keine Freunde mehr in dieser Welt. Wir müssen uns verstecken, Amicia. Hier, los, rein da, schnell! Hier ist alles ruhig. Er wird uns bemerken. Rühr dich nicht. Warte! Dann schnapp ich sie mir. Was soll dieser Lärm? Prügendjahr! Ich werde mich zügeln. Schön aufpassen. Eine knarzende Treppenstufe und alles war umsonst. Fast geschafft. Nichts. Dem haben wir es gezeigt. Da seid ihr ja! Nichts. Und weiter geht's. Wo, wo sollen wir lang? Komm, lauf so schnell du kannst. Da, die Mauer! Sie kommen! Schnell, schnell! Schnell, schnell, schnell! Hop, hop, hop! Wir hätten nicht herkommen dürfen. Warum tun sie das? Hä? Sie glauben, dass wir das Böse hergebracht haben. Okay. Wir müssen hier irgendwie raus. Ja. Muss hier hoch. Komm. Pass mit an. Los, schieben wir sie. Na gut. Na komm. Einmal drehen. Und. Äh. Schieb, Ugo. Schieb. Ja, gut gemacht. Gut. Jetzt können wir raufklettern. Na komm. Da haben wir noch mehr Steine. Brauchen wir aber im Moment nicht. Rollwagen noch. Sonst noch irgendwelche Sachen, die wir mitnehmen könnten. Da unten eventuell noch was vergessen. Außer Steine liegt da nichts. Oh. Ähm. Oder? Hast du eine bessere Idee? Nein. Ich glaube nicht. Aber. Wie es weiter geht, sehen wir erst in der nächsten Folge. Bis dann. bis dann. Also. Bis dann.